Ich komm, ich komm, ich komm. Ja, ich seh einen da rüber pushen übers offene Feld. Ich hatte Bein Ruh gegeben tatsächlich schon. Links von dir. Schön, Digger. Schön. Hab ich, hab ich, hab ich. Digger alter. Deutsche, pass auf, der hat das hier drinnen, der hat das hier drinnen. Cracked, vor dir. Schön. Digger alter. Oh, oh, oh. Meine Güte, er ist nicht. Reifenberg? No, no, no. Wir müssen damit jetzt ein bisschen spielen mit der Deckung. Okay, wunderbar. Unten auf dem Feld, unten auf dem Feld, unter den Garagen. Da. Der eine war weiter da. Mal zu sehen. Locked. Schön. Schön. Hier ist der andere. Kloster auf mich. Ich muss kurz mal. Zweites Team. Das ist ja zweites Team. Ja, von, von Factory, ne? Sehe ich dann aus. Also hat, hat der Typ Molle gesagt zumindest. Familienväter, Digger. Aber so schlimme. Richtige Familienväter? Aber so hardcore, Digger. Das ist so richtig der Udo noch mit einer Molle. In der Hand. Ja, Digger. Ja, Digger. Ja, wirklich. Ohne FFV Slider. Oh, Digger. Und der hebt ihn auf. Und der liegt auf dem Boden. Kippe hängt so halb im Mund. Digger. Digger. Ah, dieses Bild wurde sogar so gut beschrieben von seinem Tamirenvater, Digger. Der sitzt mit seinem weißen Unterhemd und seinem Zen-Flag. Das erste Mal an der Konsole vom Sohn ist, Digger. Das war auch der Typ, der auf uns geschossen hat. Ah, Deutsche. Deutsche. Der will 400, Digger. Also, oh Mann, ey. Der will doch das Auto und er hat das Auto genommen. Er hat nichts mehr. Wenig. Ja, er hat wirklich One-Shot. Entschuldigung. Direkt vor mir. Direkt vor mir, Roll. Direkt vor mir. Ich bin der schlechteste Mensch der Welt. Direkt dahinter. Ein Hit noch. Schön. Der liegt auf dem Boden. Der liegt da auf dem Boden. Der liegt jetzt hier über dem Haus war noch grad jemand. Der ist unter uns. Top, top. Ganz weiter. Er ist oben, Digger. Er kröchtert, oh mein Gott, Digger. Guck. Welcher Vater ist das? Wer hat sein Vater hier in Warzone zurück gelassen? Jungs, die Sohn kommt. Wir müssen aber irgendwie moven. wo ist denn der andere ja ich sehe sie oben schon ich sehe sie oben schon der lücke braun der lücke der zahnlücke des hauses die zahllücke johnny ich glaube ich runter ich könnte gleich noch nicht keine muni mehr null ja ich auch jetzt komme recht das hat mich aber der hat mich aber gut erwartet alter das sind zwei leute ich habe dann die zehn gemacht ich muss hier rechts rum wahrscheinlich vor mir vor mir vor mir einer noch wirklich ganz nichts mehr warum finisch du ihn denn einer hat gar nichts mehr um er war umgefickt einer hat noch der linke ist noch nicht noch recht muss irgendwie schacht halten vielleicht ganz entspannt ganz viel zu tief gemacht ja ja ich glaube ja 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 ich bin auf zwanziger bomb ist drin ja er muss da zwei einschätze die einen hier oben crack noch ja schön mein gott ich habe ihn fast gefunden ist erst runter gesprungen du musst genau auf den rausholen können correct noch noch schön hast die ja du genug der du das runter gesprungen ja da unten ist ja crack crack muss noch mal ein schuss ein schuss ist alles gut alles gut deine bedrohung ist näher ich glaube man in der muni box aus dem haus vor uns 100 und auch 180 die sonne kommt ich glaube noch einmal nach ich kann jetzt nichts machen wir haben einfach runter wir wissen eigentlich wo alle sind hier im haus und halt da aber ich habe über zum tag geschlossen wasser hier unten wasser hier unten wasser hier unten 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 ja nocked lass da rauf gehen ok haben wir noch die saunen bro ich habe den nicht gesehen ich habe den nicht gesehen der war vor mir das ist gut ich habe ihn gekrackt drei leute da oben crack der andere ist crack crack noch der eine schönes ding ein einziger noch oder sprung ja ganz stark ganz wieder 24 jetzt verdammt es gibt halt diese eine waffe es gibt wirklich nur diese eine waffe die mit der eben zwei richtig richtig committed und freunde das ist die mg 82 ihr seht es hier ganz klar an der time to kill das heißt dass die mg 82 ist von 0 bis zu immer besser als die m2 also ihr habt durchweg eine niedrige time to kill und zwar um die 0,58 bis zu 33 hallo 32,78 meter und bei der eben zwei habt ihr dementsprechend 0 6 7a 0 6 7 5 in etwa die time die hat 0,6 7 5 habt ihr in etwa die time to kill das heißt also leute die mg ist wirklich ob es die besser sie ist relativ leicht zu kontrollieren mit dem laut den gläßigt oder das klassen setup ist gleich steht und ja gönnt euch meine da kann man auch mal ein bisschen was anderes mehr als eben zwei problem ist ihr seid ein bisschen langsamer so generell vom movement speed her aber mit dem schaft den ich reingemacht habe geht es echt noch klar geben okay freunde wir bauen die klasse wie folgt ein bisschen uns vor dem fall wir nehmen natürlich sonderkommando rein fällt agentengriff axial abends 3.0 leute anpassen fahren preis präzision und jetzt immer die frage ich habe viele schon gesehen die entweder mit dem magazin spielen zum beispiel schnell nachlademagazin um das ein bisschen herunterzubringen die nachladezeit ich spiele einfach ein bisschen taktischer mit der waffe dann bekomme ich das persönlich total gut hin man kann auch den schlangen umwicklung nehmen für so ein bisschen zv ziel dauer ich finde aber dass die jetzt nicht allzu hoch ist was ich wirklich gut finde ist der plünderer schafft ihr seid hat generell wenn ihr zielt und vorher wesentlich schneller mit der waffe und gerade in iron trails was jetzt draußen ist es ist halt wirklich super effektiv wenn ihr wirklich noch nach links und rechts strafen könnten da einen gewissen speed drauf haben ist nicht mehr so gut wie früher aber dennoch finde ich so am besten wie sagt ich finde der schlangen umwicklung griff macht halt kaum und die könnt ihr aber so ausprobieren wie ihr möchtet aber leute bei dem lautort da macht ihr wirklich gar nichts falsch würde mich mega freuen wenn ihr diesen kanal abonnieren würdet und viel spaß mit zweiten video nach rechts rechts und ja die hat mich gerade so gerettet ja ich sehe auch ein feiner noch und er hat eine claimer gelegt oh ich brauche ganz hinten rückgang ganz hinten rückgang ganz hinten rückgang oh mein gott er hat so gechokt alles gut er hat so gechokt aktivität hast damit wir gegen das auch kommen was ist los gerade hast du den anderen da ist noch einer drin da ist noch einer drin ja hier ist hinter dir hinter dir ja sie sind drin alarm was machen sachen hier drinnen hier drinnen von links von links links ja ja ich wurde gerade nein 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 crack 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 bro ich hab wieder paket ich hab übelst ich hab kein übel paketverlust ich 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 hatte so die schlimmsten lags meines Lebens das war glaube ich der schlimmste lag den ich jemals hatte der arme boi aber konnte auch nicht raus weil ich davor stand oh das ist das ist böse die fighten noch und da sind auch noch welche mhm man muss ein bisschen aufpassen kurz wegzuschnecken kommt hier raus hinterm hinterm lkw ist er schießt mich auf die füße tot im haus im haus fort doch kommst du rein lockt ja ne weil die müssen halt da raus kommen ne ich seh ihn ich seh ihn schon er hat mich schon gestallert lockt schön der andere ist hier auf dem stage gut sauber oh big oder erreicht einsatzgebieten hinter uns hinter uns hinter uns hey hinter dir crack ja hab ihn hab ihn draußen draußen bro da kommt glaube ich rein hier drin hier drin hier drin ja schön stinkiger stark als wenn hier niemand ist diga hm 95m vor uns hier drinnen ne ja sehr wahrscheinlich ja es war halt einfach so klar ich wusste dass hier jemand drin ist da 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 sind die anderen jetzt ja ich brauche die drohne ach ja wir sehen beide wir sehen den rechts nicht ich auch nicht das ist ja mies im headliff alles gut alles gut warte 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 mach anspann ich bin safe alles gut wir können hier die hütte als deckung nehmen die müssen nur zu uns kommen boah ich seh die jetzt weiß ich erst wo sie sind ich weiß jetzt erst wo sie sind alles cool diga krieg immer von mir so ein paar schütze ab vollschüsse ab die sind schon dran die sind schon dran keine was diga ey ich war nur auf seinem kopf drauf level 673 gg gg